Der 66er Mustang Coupé, A-Code, guter Rahmen, links sehr guter Boden, Schweller und so weiter ist auch in Ordnung, die hinteren Talkboxen sind gut, abgesehen von etwas Flugrost, ist er rostfrei, auch da hinten die Überhänge, auch von außen, Tank ist mal erneuert worden, wir haben hinten Scheibenbremsen, hier Rahmen, Innen, Rathäuser, Außenradlauf und so weiter, auch alles in Ordnung, ebenso die hinteren Talkboxen, Rahmen, Boden im hinteren Bereich, vorne wurde amerikanisch, Bodenblech, naja, eingenietet, eingeschraubt, was auch immer, ist aber ein Originalteil, kann man also einfach richtig rein machen, hat ein 5-Gang-Schaltgetriebe, ein 302-Motor, Stahlflex-Bremsleitungen, auch hier vorne eine Willwut-Scheibenbremsanlage, hier auch kein Unfallschaden oder dergleichen zu erkennen, hat Fächerkrümmer, Doppelrohrauspuff und noch ein paar Extras mehr, eine hervorragende Basis, um da draußen ein schönes Pony zu machen.